Was machst du in so einem Laden? Leute, ruf mich an und ich komm vorbei. Was für Leute? Leute, die nicht ins Krankenhaus können. Mein Mandant bietet Ihnen 50.000 Euro. Besorgen Sie die Antikörper, wiederholen Sie seine letzte Therapie. Mehr nicht. Können Sie sich das vorstellen? Ich hab Schiss, dass da was passiert. Vergiss mal deine Approbation. Wenn das rauskommt, gehst du in den Knast. Ich brauch das Geld noch heute. Ich kann damit nichts anfangen. Ich bezahle ich mich. Was? Bist du bescheuert? Was willst du machen? Ich weiß genau, was wir machen. Du hörst jetzt auf damit. Bist du und Libert rief? Du säger boast!